Jetzt steht der Sommer vor der Tür. Wie sieht für Sie ein perfekter Sommertag? Für mich sieht ein perfekter Sommertag einfach relaxing-mäßig aus. Ich bin gerne am Wasser, ob es irgendein See ist oder ob es das Meer ist. Aber wir haben ja leider nicht so viel hier vom Sommer. Das ist ja das Problem. Wenn er noch kommt, würde ich ihn sehr gerne genießen. Aber bis jetzt sieht es ja nicht so gut aus.